Wenn du nach einem robusten Überwachungskameraset für den Außenbereich suchst, dann bist du hier genau richtig. Heute stelle ich dir 5 großartige Kamerasets vor, die dir helfen, dein Zuhause oder deinen Außenbereich zu sichern. Diese Überwachungskameras bieten nicht nur kristallklare Bildqualität, sondern sind auch speziell darauf ausgelegt, bei jeder Wetterlage verlässlich zu arbeiten. Ganz gleich, ob du dein Grundstück, deinen Garten oder deine Einfahrt überwachen möchtest, mit diesen Kamerasets hast du stets alles im Blick. Lass uns direkt loslegen. Das erste Modell, das wir uns ansehen, ist das Blink Outdoor Set. Dieses Kameraset von Blink ist perfekt für alle, die eine unkomplizierte und kabellose Lösung suchen. Die Kameras arbeiten vollständig kabellos, was die Installation unglaublich einfach macht. Kein Bohren oder Kabelverlegen nötig. Die Blink Outdoor Kameras bieten eine gestochen scharfe 1 080p HD Auflösung, die sowohl tagsüber als auch nachts für klare Bilder sorgt. Dank der Infrarot-Nachtsicht kannst du auch bei völliger Dunkelheit jedes Detail erkennen. Ein weiteres Highlight dieses Sets ist die lange Batterielaufzeit. Die Kameras können mit zwei AA-Batterien bis zu zwei Jahren betrieben werden, was in der Praxis äußerst wartungsfreundlich ist. Das Set ist zudem wetterbeständig, sodass du dir keine Sorgen machen musst, wenn es regnet oder stürmt. Besonders praktisch ist die Unterstützung für Alexa, mit der du per Sprachbefehl auf die Kamerabilder zugreifen kannst. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes haben wir die EufyCam 2C. Diese Kamera hebt sich durch ihre ausgezeichnete Akkulaufzeit und fortschrittliche KI-Technologie von der Konkurrenz ab. Die Kameras bieten eine Auflösung von 1080p und eine farbige Nachtsicht, was besonders praktisch ist, wenn du auch bei wenig Licht noch farbige Bilder sehen möchtest. Die EufyCam 2C verfügt über eine intelligente Erkennung von Personen, was Fehlalarme durch Bewegungen von Tieren oder Bäumen deutlich reduziert. Was wirklich überzeugt, ist die beeindruckende Batterielaufzeit. Mit einer einzigen Ladung hält diese Kamera bis zu sechs Monate durch. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch den Aufwand, ständig die Batterien wechseln zu müssen. Außerdem bietet dieses Set eine IP67 Wasserschutzklasse, was bedeutet, dass die Kameras bei jedem Wetter eingesetzt werden können. Zusätzlich dazu wird der gesamte Videomaterial lokal auf einer SD-Karte gespeichert, was bedeutet, dass keine monatlichen Cloud-Abo-Gebühren anfallen. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Das dritte Modell, das ich dir vorstellen möchte, ist die AOSU 2K. Wie der Name schon verrät, zeichnet dieses Kameraset in gestochen scharfer 2K-Qualität auf, was dir erlaubt, jedes kleinste Detail zu erkennen. Diese höhere Auflösung ist besonders hilfreich, wenn es darum geht, Gesichter oder Nummernschilder zu identifizieren. Die AOSU 2K Kameras bieten zudem eine beeindruckende 166 Grad Weitwinkelansicht, sodass du einen größeren Bereich abdecken kannst, ohne zusätzliche Kameras installieren zu müssen. Ein weiteres tolles Feature ist die Zwei-Wege-Audio-Funktion. Damit kannst du nicht nur hören, was draußen vor sich geht, sondern auch direkt mit Personen kommunizieren. Egal, ob es sich um einen Postboten oder einen ungebetenen Gast handelt, die Kameras sind wetterfest und können sowohl bei Regen als auch bei Schneefall problemlos arbeiten. Auch dieses Set kommt mit einer intelligenten Bewegungserkennung, die speziell zwischen Menschen und anderen Bewegungen unterscheidet, um unnötige Alarme zu vermeiden. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung. Als viertes Modell schauen wir uns die Reolink RLK 8520D4 an. Diese Kamera bietet eine großartige Kombination aus Bildqualität, Zuverlässigkeit und umfassender Abdeckung. Das RLK 8520D4-Set besteht aus vier 5-Megapixel-Kameras, die für gestochen scharfe Aufnahmen sorgen, weit besser als herkömmliche Full-HD-Kameras. Das bedeutet, dass du selbst kleinste Details in den Aufnahmen klar erkennen kannst, was bei der Identifizierung von Personen oder Ereignissen von Vorteil ist. Die Kameras sind mit PoE, Power over Ethernet, ausgestattet, was die Installation erheblich vereinfacht, da die Stromversorgung und die Datenübertragung über ein einziges Kabel erfolgen. Ein weiteres Highlight ist die 24-7-Aufzeichnung. Mit einer im Lieferumfang enthaltenen 2-TB-Festplatte hast du genug Speicherplatz, um kontinuierlich aufzuzeichnen und sicherzustellen, dass dir nichts entgeht. Die Kameras sind wetterfest und für den Außenbereich geeignet und dank der Nachtsichtfunktion hast du auch bei Dunkelheit immer alles im Blick. Die Links zu den Produkten und den tagesaktuellen Preisen findest du in der Videobeschreibung. Kommen wir zum letzten Modell, der Reolink RLK 8808B4. Dieses Set richtet sich an alle, die auf der Suche nach einem Premium-Überwachungssystem sind. Mit seinen 4K-Ultra-HD-Kameras bietet dieses Set die höchstmögliche Auflösung in unserem Vergleich, was bedeutet, dass du unglaublich scharfe und detaillierte Bilder erhältst. Egal, ob es sich um weit entfernte Objekte oder winzige Details handelt, die Reolink RLK 8808B4 liefert gestochen scharfe Bilder. Die PoE-Technologie sorgt für eine einfache Installation, da Strom und Daten über dasselbe Kabel übertragen werden. Ein weiterer Vorteil ist die erweiterte Nachtsicht mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern. Die Kameras sind robust und wetterbeständig und bieten zuverlässige Leistung, egal ob bei Regen, Schnee oder direkter Sonneneinstrahlung. Auch dieses Set unterstützt eine durchgehende Aufzeichnung auf einer 2TB-Festplatte, sodass du dir keine Sorgen machen musst, wichtige Aufnahmen zu verpassen. Ein weiteres Highlight ist die smarte Bewegungserkennung, die dir Push-Benachrichtigungen sendet, sobald verdächtige Aktivitäten erfasst werden. Mehr Infos zum Modell und den tagesaktuellen Preis findest du in der Videobeschreibung.